Morgen ist bei GOP wieder einiges günstiger als sonst. Geräuchte Rippchen, offen oder vakuumverpackt, kostet morgen bei GOP pro 100 Gramm nur 1,85. Und für ein Kilo Bananen zahlen sie nur 1,90. Ein 250 Gramm Becher Linea Minarine gibt es für nur 1,60. Und falls sie Lust auf Schweizer Rehdammer haben, 100 Gramm kostet nur 1,24. Ab sofort offeriert in GOP die typisch italienische Dolmio Frischteigwaren, 40 Rappen günstiger. Dolmio, jeden Tag frisch, bei GOP. Kommt Simon, wir würden uns freuen.